Weil, ähm, diese, ähm, Gegenstände wie Feuerpulver und Spinnenauge und diese, diese, ne, warte mal, doch, Glowstone und, und Netherwards, also die legen halt, ähm, die, ähm, das ist die grundlegende Zutat. Also zum Beispiel, das Schlechteste ist halt, ähm, zum Beispiel Redstone macht nur ne Mundane Potion, also ne alltägliche. Und wenn du jetzt so ne Netherwards da rein tust, dann hast du ne Awkward Potion. So, und wenn ich jetzt da gleich Zucker zutue, ja, jetzt ist die Awkward Potion, jetzt brauche ich Zucker, 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 so, alles klar, jetzt kommt Zucker da rein. Und wenn ich dann noch Redstone dazu tue am Ende, dann erhöht sich die Dauer. Da musst du ihn auch richtig verstanden haben. Ja, wenn ich will, wenn der Trank dann funktioniert, dann habe ich es kapiert. Komm, mach den Trank fertig. Was baust du denn da jetzt, Peter? Ich baue an. Ah, okay. So, und? Potion of Swiftness, ja, geil. Nur, der, der glänzt ja sogar. Der hat so'n Glanzeffekt, wie geil ist das denn? Okay, jetzt kommt noch der Redstone da rein. Da bin ich gleich acht Minuten lang voll abgeben, wie schon jetzt Katze. Ja, und dann nehmen wir aber noch vier Minuten auf. Okay, das, ehrlich gesagt, das mit dem Trank ist eine richtig, richtig geile Idee. Haben so Tränke, wenn man mehrere von denen nimmt, addiert sich dann deren Effekt? Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Aber das kann ich dir nicht sagen. Aber ich schätze mal nicht. So. Potion of Swiftness, Speed acht Minuten lang. So, Peter, jetzt darfst du es mit ansehen, wie ich mir hier Drogen reinpfeife. Okay, aufgepasst. Glänzt, glänzt der bei dir eigentlich auch, was ich in der Hand halte? Nope. Okay. Gluck, 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 gluck. Alles klar. Boah, Junge. Alter, wie ich abgehe. Woo! Boah, zieh dir das mal rein, Junge. Boah, awesome. Wie ein Kleiner, Junge. Okay, das ist richtig awesome. Oh, Dennis hat sich ein kleines Fältchen hier gebaut. Na, Dennis, alles klar? Mhm. Echt? Oh, ich hab's gebaut. Woo! Alter, wie schnell man einfach nur ist. Das ist ja der Hammer. Okay, jetzt gehe ich mal eben kurz in der Zeit ein bisschen die Karte erkunden. Wollen wir das für den direkt mal ausnutzen. Wo gehen wir denn mal lang? In die Richtung ist gut. Vielleicht finde ich ja einen Dorf. Vor allem die G-Geschwindigkeit erhöht sich ja auch. Ist richtig geil, ey. Aua. Sehe ich dann richtig, dass die Sonne gleich untergeht? Ich hab mich verbaut. So ein Mist. Na, die Sonne geht sofort unter. Egal. Was ist das denn? Na, cool. Jetzt springe ich von Baumkrone zu Baumkrone. Kannst du mir noch weiterspringen oder bist du schneller? Ne, ich kann Schrittgeschwindigkeit, Renngeschwindigkeit und Sprungweite hat sich erhöht. Ich glaub, Sprungweite vermutlich um einen Block. Aber immerhin. Du bist ja schon mal weg. Okay, Karte aufdecken. Okay, alles klar. Ich hab den... Nice. Ich hab die riesige Schlucht gefunden. Das ist ja der Hammer. Ja, ich hab auch schon eine gesehen. Da vorne ist nochmal ein Sumpf. Na, Quatsch. Ich hab das letztlich gesehen. Man kann meinen Baum von jetzt immer noch sehen. An die Seite, Kuh. Das ist der Kunden. Das ist etwas. Okay, Alter. Ich hab den riesigen... Die Monster sind gefunden. Okay, jetzt komm ich mal zurück. Dunkel. Renn, du Schlampe. Alter, wie schnell der Renn. Das ist so geil. Bam, 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 bam. Peter, soll ich dir auch einen brauen? Ach, nee, geht ja jetzt nicht mehr. Peter, möchtest du eine Netherwarze in einen Geschwindigkeitskrank investieren? Nee, danke, gerade nicht. Dann baue ich jetzt mal mein Bäumchen weiter. Bau mal dein Bäumchen weiter. Okay, aber jetzt, wo ich so schnell bin, Baum bauen, Baum bauen. Okay, da fand ich bestimmt voll auf den Rennsinn. Noch besser. Hardy fällt runter. Wie lange hält das jetzt? Acht Minuten. Zieh mal, wie weit ich springen kann. Acht Minuten ist aber schon lang. Bam. Und dahin. Aber ich möchte mal gerne sehen, wie das aussieht, wenn ich so voll abgehe. Kannst du dann ja, wenn die Folge hochgeladen ist. Auf jeden. Wie konntest du jetzt eigentlich Tränke brauchen? Welches Level bist du? Fünf. Ah, okay, dann geht das. Kann man erst ab Level fünf Tränke? Ja, ich glaube schon, dass man fünf dafür braucht. Oh, scheiße. Alles klar. Ja, okay. Ich bin hier mit meinem Eins am Rumgammeln. Warte mal, ich habe ja noch eine Mundane Potion. Oh, nee, ich brauche ja die Org-Water. Okay, was kann ich denn jetzt mit dieser Mundane Potion hier zusammenfriemeln? Potion of Weakness. Aha. Super. Okay. Wenn man sich eine Org-Water Potion, also die Potion, die man sich mit der Nether-Warte zusammenfriemelt, wenn man da ein Magma-Cream rein tut, dann wird der Spieler immun gegen Feuer und Lava. Okay, das ist ja fucking awesome. Und zwar drei Minuten lang. Das natürlich verbunden mit Redstone erhöht das wahrscheinlich auf acht Minuten. Heißt du, wir können acht Minuten, da tatsächlich steht es, Potion of Fire Resistance verlängert. Acht Minuten lang immun gegen Feuer und Lava. Das ist ziemlich awesome, um den Nether zu erforschen. Definitiv. Potion of Health. Äh, stellt fünf Herzen pro Tank wieder. Was gibt's denn noch? Da gibt's noch die Potion der Stärke. Du machst drei Herzen mehr Damage. Boah, das ist ja richtig krank. Was es all für Tränke gibt, ey. Oh mein Gott, wie awesome ist das denn? Man kann Tränke auch in Kessel füllen. Und dann? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Sinn davon sein soll. Um mich da rauszuschöpfen oder sowas. Aber erstmal ist es awesome. Zumindest hat hier jemand, äh, also auf so einem Bild, äh, fünf Kessel steht und in jedem Fall sind unterschiedliche Tränke drin. Nice. Okay, ich glaube, ich werde alleine. Boah, ich muss mir die Map, falls mir mal irgendwann jemals aufhören, die Map zu zocken, muss ich mir die ziehen, weil ich muss mir jetzt in meiner Baumkrone, werde ich mir jetzt ein Alchemie-Labor reinfriemeln. Mit ganz vielen Kesseln. Das passt ja auch in Runde. Ja, auf jeden Fall. Ich werde die Map sowieso, wenn die nicht mehr gespielt wird, zum Download angehen, habe ich bei der Season 3 Map auch gemacht. Ja, das ist nice. Cool. Und weißt du auch rückblicken, wie das angekommen ist? Das ist nur über Formspring bisher gelaufen, ich glaube, die wenigsten wissen das. Ah, okay. Cool. So, dann brauche ich jetzt erstmal wieder meine Blätter. Gut. Dann lasse ich nämlich meine Wohnung hier am Fuße des Baums zum Schlafen und so und oben ist das Alchemie-Labor. Das passt doch. So, ach, Glowstone brauche ich auch noch. So. Dann würde ich mal sagen, auf in die Wipfel. Was geht ab hier? Was geht ab? Cool. Alles klar. Das ist ja schon mal ein Ausfall. Ah, das sieht doch viel geiler aus mit dem Glowstone jetzt, ey. Scheiß Fackeln in dem Baum, ey. Total sinnlos. Sinnlos würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber schwachsinnig. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie gerade ausgerottet. Boah, die Melonen brauchen aber echt lange, um zu wachsen. Da kann ich die jetzt einfach weghauen. Wie sieht denn eine fettige Melone aus? Steht dann da einfach eine Melone? Weil ich habe jetzt immer noch so einen Strauch hier stehen. Ja, wenn die so lange brauchen wie Weed, dann dauert das ein paar Tage, würde ich sagen. Ich habe dich nicht mehr so einen Schrauch hier stehen. Wie sieht das aus, wenn ich hier in die Baumkronen so Glowstone-Ringdinger reinknalle? Sehr gut. Cool. Cool, wenn hell wird, dann kann ich mein Feld bewirtschaften mit Kühen. Hast du denn schon welche? Ne, dann gehe ich mir welche holen. Achso, okay. Leute, das ist ein Fisch, kann ich durch den... Davon ist ein Enderman. Und ich guck den grad an. Oh mein Gott. Der greift dich an, der greift dich an. Der ist hinter dir her. What the fuck? Der ist jetzt bei mir. Der ist direkt hinter dir, links, links. Der sitzt da hinter dir, hinter dir. Der ist hier hinten hinter so einem Baum. Der ist im Arsch der Welt da gerade. Der steht jetzt links neben dem Portal. Ich glaub, der lässt dich jetzt in Ruhe. Ich glaub auch. Der steht da einfach nur... Aber der hat Enderperlen. So viel Dämitz macht der doch gar nicht, oder? Jetzt töte den. Dann ist... Lauf mal links neben das Pokal. Ähm, Portal. Portal. Weil ich seh den ja von hier. Ja, ich lauf vielleicht links neben dem Pokal. Willst du den jetzt gar nicht töten? Ja, ich brauche das jetzt zu fressen. Okay, der steht immer noch links neben dem Portal. Sache, ich ticke den jetzt nicht an, ey. Sonst kommt der mir gleich her nach hoch, ey. Ich hab keinen Bock drauf. Hier nach hoch, Junge. Voll, voll krass. Voll krass, Deutsche. Ich hab mich nichts mehr zu fressen. Verdammte Kacke. Ich kann nicht gegen den kämpfen. Ich hab nichts, um den zu töten. Also nicht genug snack... Snackiges Zeug. Peter, dann töte du den. Töte ich doch selber. Wenn man was zu essen gibt, dann töte ich den. Äh, da muss man mal in meine Truhen gucken. Bei mir sehen die Creeper voll gruselig aus. Der mit so Monsters Zähnen und so leuchtenden Augen. Das ist echt crazy. Jetzt beeil dich im Hotel. Oh, er ist weg. Deine Mutter ist weg. Der ist da nicht mehr. Wer hat er noch zu sein? Ist er aber nicht. Ich bin jetzt gar nicht snackeraten. Der ist weg, Dennis. Der war da... Ja, genau. Die Stufen darunter, links neben dem Potter und dann bei den Bäumen war der. Jetzt ist der da aber nicht mehr, weil es hilft. Ah, toll. Ja, auch für zu lange Zeit. Hat er dann angeguckt, dass selbst der Endermensch, meine Angst, ey. Ja, deine Mutter. Weißt du Bescheid, Dennis? Deine Mutter. Ja, genau so sieht das aus. Ja, cool. Dann kann ich auch das Zeck wiedergeben. Die Schnauze ist dann rein. Er hat sich zu, da... ... 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 Nächste Woche ist Skyrim-Time! Ja, vor allem Modern Warfare-Time. Oh ja. Ich hab schon zu dir gesagt, ich freu mich auf Skyrim mehr als auf Modern Warfare. What? Ja, ich hab da richtig Bock drauf. Ich will da so ein richtig geiles Open-World-Rollenspiel, ey. Ja, endlich mal wieder ein gutes, nicht so wie Zelda oder so. Zelda ist kein Open-World-Spiel. Ja doch, deswegen ist er schon scheiße. Aber du hast halt im Vergleich zu Skyrim viel zu wenige Nebenquests, als hat man das wirklich als Open-World-Spiel bezeichnen können. Man hat eigentlich viel zu wenig Spiele, um das wirklich als Spiel zu bezeichnen. Stimm ich dir vollkommen zu. Du hast einfach keine Ahnung, ja? Was er keine Ahnung hat? Deine Mutter, ja. Die unternommen auch. Alter, der Creeper ist hier ja da immer noch. Na, Schnucki? Fuck! Na, Schnucki? Das war nicht der Plan. Was zum Teufel baust du da eigentlich an, Peter? Eine kleine Festung. Was geht dich denn überhaupt an? Springen wir lieber von einem Baum. Nein. Feigling. Feigling. Der Mutter ist ein Feigling. Sollen wir mal ein neues Roulette spielen? Flint in Steel. Schmeiß halt immer zu und wer zuerst aufzusehen rechts liegt und der fackelt deinen Baum an. Was ist das denn? Habe ich denn als Feierzeugen getan? Da. So. Komm mal, Hardy besuchen. Zieh bloß leider mit dem Ding, ey. Ich schwör's dir. Dennis, könntest du dich bitte verziehen? Wollt mir doch nur mal deinen Baum angucken. Ich war hier noch nie. Okay. Na, Peter, was machst du denn davon? Das Ding sieht aus wie die Bettflügel oder so. Ja. Schlecht. Hör auf zu lachen, Peter. Hörst du dafür Cobblestone? Ja. Ah, ist aber ein bisschen hässlich, findest du nicht? Hübscher als du. Der war superflach. Und voll vorher selber. Der war echt flach. Naja, das geht schon klar. Nein. Geht gar nicht klar, das sieht voll hässlich aus. Du siehst voll hässlich aus. Boah, ist ja geil. Hier oben ist voll ein Archimielabor. Boah. Wenn ich jetzt hier ein Feuerzeug zünden würde, wäre so geil, wa? Dann ist ich noch gar nicht fertig mit dem Teil hier oben. Bis das Archimielabor kommt, muss das erstmal hier zu. Ich muss erstmal hier oben die Baumkrone zumachen. Warte, ich schaue, bist ins Wasser zu jumpen? Warte mal, wo stehst du denn? Wir müssen kurz mal gucken, wo das Wasser ist. Boah, das ist aber echt schwierig. Ne, ich meinte eigentlich, äh... Moment. Ich meinte das Wasser hier. Was hier ist. Diese drei Felder. Da bin ich... Ja, das hat Peter für mich gebaut. Da bin ich auch schon reingesprungen. Von hier oben, weil ich... Weil ich keine Treppen hatte. Leitern, meine ich. Tu's. Na, lächerlich. Na, lächerlich. Ich weiß, dass ich gerade was dabei habe. Nix besonderes. Ah, cool. Gloster und erstmal abbauen und mitnehmen. Mhm. Deine Mutter. Ah, hier ist auch dein Gärtchen. Oh, hier ist aber gefährlich. Ist doch gar kein Zaun. Warum? Warum, weiß ich nicht. Du bist der Bauer. Ja, aber warum ist das gefährlich? Ne, warum ist da kein Zaun, ist die Frage. Wird das schon wieder dunkel? Ja, total. Ja, das sind das Schapel von meinem Baum. Okay. Hm. Sieht ein bisschen aus wie... Ja, doch. Irgendwie so das Batman Zeichen. Hm, okay. Ich brauche erstmal den Cobblestone-Grundriss. Der Cobblestone-Grundriss. Tuck, tuck. Hm, hm, hm. Da macht die Türen-Aufgang. Ich hab auch kurz. Loll. Ist er leer? Ist er leer? Tja, ist nicht gut. Ja, ist nicht gut. Ok. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, ganz schlechte Idee. 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 Oh, ganz schlechte Idee.